Wie sich Handy-Werbungen anfühlen auf Instagram und so weiter. Original-Video ist in der Beschreibung verlinkt. Ich kann nicht pink erreichen, wird hier gesagt. Okay, dann gucken wir mal. Der springt ganz vorsichtig, die allersimpelsten Sprünge. Also die sind ja super einfach. Und wir sehen, irgendwann ist er dann kurz von diesem besagten pinken Block. Und klar, er fällt einfach kurz davor runter. Obwohl es genauso einfach war wie alle anderen Blöcke. Kannst du den Diamanten-Block finden? Ja, moin! Alles wird abgebaut bis auf dieser einen Diamant-Block. Er läuft sogar noch vorbei. Nur intelligente Leute können dieses Puzzle lösen. Oh, Leute, was? Das geht nicht? Vielleicht unten links? Nee, immer noch kein Eisengolem. Boah, das ist anstrengend. Das ist schwierig, Leute. Ich habe gehört, alle, die hier aber nochmal abonnieren, die schaffen auf jeden Fall dieses hartnäckige Rätsel.